Ab wann darf die Babyhaut der Sonne ausgesetzt werden? Und was ist der richtige Sonnenschutz? In den ersten Lebenswochen sollte das Baby möglichst nicht der direkten Sonne ausgesetzt werden. Danach kann das Kleinkind langsam an die Sonne gewöhnt werden. Wichtig dabei ist ein guter Sonnenschutz durch Kleidung und ein Sonnenhut. Die freigetragenen Körperstellen sollten mit einer Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor geschützt werden.